Und damit ahoi, ahoi ihr Lieben und willkommen zurück zu Let's Play YouTubers Live. Tja, wir sind ein bisschen ins Tudeln geraten. Es gab auch inzwischen eine Optik, wie ich sehe. Die Optik hat sich ein klein bisschen angepasst. Und ja, mit den Geldaufträgen, die letzten, die haben wir leider versaut. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch in einem Netzwerk drin sind. Ne, momentan sind wir nämlich rausgeflogen. Hier haben wir auch eine andere Optik, okay. Mal ein bisschen durchklickern. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt erstmal ruhig, ein bisschen ruhiger angehen. Werde hier noch nicht sofort wieder beitreten. Hier kann ich sowieso noch nicht beitreten. Ich würde sagen, ich kaufe mal ein Röntgen ein. Beziehungsweise lasse meine Homeboys mal ein paar weitere Videos machen erstmal natürlich. Oh, das ist nicht mehr gefragt. Das hingegen schon. 1. Juli, wir haben 4. August. Okay, für den Prügel reicht es natürlich nicht mehr. So, du nimm mal bitte Arbeitsplatz Nummer 4. Fortsetzen, jo. Und du machst auch mal was für dein Geld. Du kannst direkt das nächste Video machen. Haben wir noch was, was gefragt ist? Ja, hier auf jeden Fall noch. Das reicht auf jeden Fall noch für ein Video. Und du nimm bitte die... Die sind jetzt nicht so gut. Die muss ich auch nochmal upgraden bei Gelegenheit. So, Moment. Ich muss jetzt hier nochmal raus. Nochmal dran. So. Glückwunsch. Ich habe eine Million Abonnenten. Das weiß ich doch. Nontindo. Einladung zu einer Veranstaltung. Ich kriege nichts. Und 287 Erfahrungen. Okay, ich habe gerade irgendwie... Ah, ich habe einen Preis bekommen. Ja, cool. Moment, dann nehmen wir das doch direkt wahr. Ziehen wir uns direkt um. Krass. Preis annehmen. Ach. Ich wollte nämlich eigentlich gerade etwas förmlichere Kleidung shoppen. unter anderem. Und das kann ich jetzt natürlich getrost mir abschmeißen können. Ja, ein bisschen lässig wollen wir natürlich schon bleiben. Ja, so gehen wir doch einfach mal hin. Warum nicht? Oh, Hunger habe ich auch. Müde bin ich auch. Ach, die Dramen hören einfach nicht auf. So, dann hoffen wir mal, dass der Ladebildschirm schon schnell rum geht. Ja. Willkommen zur YouTube-Preisverleihung für die besten YouTuber. Bitte einen riesigen Applaus für Kochgeburt. Für das Erreichen von 1 Millionen Abonnenten. Gratulation. Juhu. Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg. Und wir hoffen, dass du weiter so erfolgreich bleibst. Das hoffe ich natürlich auch. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Ja, geile Sache. Habe ich den goldenen Playbutton? Ich werde bekloppt. Was habe ich denn hier bestellt? Ach, ein silberner Playbutton oder was? Und der goldene Playbutton? Cool. Cool. Ah, das wird wahrscheinlich nachträglich logisch. Was ist logisch? Das wird wahrscheinlich mit dem Patch reingemacht. Ja, ich weiß. Ach, weißt du warum nicht? Mal ein bisschen quatschen mit der guten. Wo gehe ich hin? Da. Ich könnte auch mal ein bisschen Einrichtung kaufen. Das sieht alles so ein bisschen karg aus. Also ich meine, hier sind zwar ein paar Sachen, aber... Das ist ja jetzt nicht so furchtbar viel. Gehen wir gleich mal dann etwas shoppen. Obwohl, Moment. Ich glaube, ich sollte erstmal das Wichtigste machen. Ja, genau. Das Ergebnis der Videos gucken, damit weiterhin Gold in meine Taschen fließt. Ja, ist okay. Okay, und du machst jetzt bitte ein weiteres Video von Golden Bible. Aber diesmal würde ich sagen, da das Interesse abflaut, machst du direkt einen Walkthrough. Das darfst du gerne an meinem Arbeitsplatz machen diesmal. Also eigentlich meiner. Oh, Lärmschutz. Und hier nehmen wir Mono. Zack. Mach sie fertig. So, liebe Kelly, das reicht, denn ich muss Hessen... Hessen, genau. Ich muss ins Bundesland Hessen. Nein. Ich muss essen, sonst sterbe ich. Das wäre nicht gut. Und du könntest doch mal ein Video aufnehmen. Ich gucke gerade mal, was wir noch so haben. Ja, genau. Mach dazu am besten eins. An der Nummer... Ja, die 4 ist belegt. Okay, dann nimmst du bitte die 3. Zack. Ich esse eine Pizza. Mhm. So, jetzt höre ich noch eine runde Kissenradio. Nein, Cody, ich kann gerade nicht. Ich muss Bubu machen. Bubu machen ist sehr wichtig. So. Oh, ein bisschen schlichte Kommentare. Oh, Nachbearbeitung wie immer. Die Oma macht bessere Videos. Ja, schön. Egal. Werben tun wir es natürlich auch. Wieder mit Headpack. Hochlagen. Und gib ihm. Entschuldigung, mir juckt ein wenig das Näschen. Also nicht mir den Kopf abreißen, wenn ich mal ein bisschen schniefen muss. So, das war doch schon mal ganz gut. Laden wir auf jeden Fall hoch. Hä? Ach, die Präsentation. Stimmt. Verdammt. Jans war jetzt dann. Dann nimm doch bitte direkt das nächste Video auf. Auch wieder Celebrity Casino und Gameplay. Und dafür darfst du an die 4. Zack. Und ich muss zur Präsentation. Menno, ich wollte schon seit Anfang der Folge shoppen, aber es geht nicht. Weil immer irgendwas dazwischen kommt. Kommen die mit einer Preissumme-Ecke oder so. Dann schauen wir doch mal, was da vorgestellt wird. Willkommen auf der Präsentation von Inappropriate Desert. Das ist ein Casual-Spiel und wir werden es auf der Non-Tendo-Sei rauskriegen. Die Presseversion des Spiels bekommt eine Wertung von Gut. Das geben wird am 10. August zu einem Preis von 49,99 Euro veröffentlicht. Das ist genug. Dann reden wir noch mal kurz ein Röntgen mit dir. Reden wir direkt noch ein Röntgen, das würde ich zumindest auf bekannt kriegen. So, ein letztes Mal und dann vloggen wir. Warum kann ich keinen Vlog aufnehmen? Was soll denn das? Och Menno, ich hätte hier so gerne gevloggt. Okay, dann gehen wir direkt nach Hause. Nach dem Posing. Warte, bis ich gehe. Ja, ich warte, bis der Security-Bange geht. Wer bist du eigentlich? Oh, Lifestyle. Har har. Wird's denn gehen? Okay, auf jeden Fall bist du unter mir. Das ist schon mal gut. Mein Gott, wie... Diese verdammten Lifestyle-Menschen. Kann ich mit dem reden, um den da rauszuholen? Ja, hat geklappt. Haha. So, und jetzt geh weg da. Jetzt will ich pausen. Und hör auf, irgendwie drin zu stehen. Sowas macht man nicht. Das ist genug, Leute. Lasst Kopfgebot rein. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Das ist eine große Ehre. Oh ja, das stimmt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Ja, schade, dass das nicht mit dem Vlog geklappt hat. Ich weiß gerade noch nicht, woran es liegt. Aber das werden wir verpassen. Yeah! Vielen Dank für das erscheinen. Ja, bitte schön. Okay, irgendwie ist meine Erfahrung jetzt auf Null gesetzt scheinbar. Finde ich irgendwie nicht cool. Ach, immer diese Nachbearbeitung, die sie kritisieren. Aber gut. Sollen sie machen, wenn sie meinen. Ich mache jetzt mal ein Selfie. Aber einen Moment. Nee, das können wir nicht rausgehen. Irgendwie so ein Selfie am Pool machen. Das finde ich doch mal nicht schlecht. Versuchen wir es jetzt nochmal. Zack. Ah, ich finde auch, ich sehe sie sehr gut aus. Ich finde, hierzu sollte noch ein weiteres Video gemacht werden. Darfst du gerne an der 1 machen. Und ich werde jetzt endlich mal die anderen Arbeitsplätze upgraden. Ich hoffe, das ist jetzt auch der richtige. Ah, da hat nur ein Monitor. Könnte der richtige sein. So, PC World. Dann gucken wir mal ein Gehäuse an. Fangen wir vorne an. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Und wir nehmen das. Dann müssen wir erstmal so weit bestätigen. Hier auch. Dann noch Mikrofon. Zack. Kopfhörer. Zack. Und Software. Zack. Dann würde ich sagen, kaufen wir nochmal etwas Dekoration. Ach, ich bin gerade irgendwie ein Kauflaun. Ich hole einfach mal ganz viel Mist. Ach, immer dieses Kaufen zwischendurch. Zack, 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 zack. Ja, ich mache gerade schöner Wohnen. Deswegen, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen mehr. Ich will einfach mal ganz viel Quatsch kaufen. Hallo? Kaufen? Geht doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt reicht es aber auch erstmal. Würde ich sagen. Nein, danke, Cody. Später mal. Hallo, wir sind das Team von Royal Civil Police Force. Dein Computer ist mit einem mächtigen Virus infiziert und wird in weniger als eine Minute formatiert. Es sei denn, du bezahlst 150. Nein, mache ich nicht. Haha, besiegt. Es war ein offensichtlicher Betrugsversuch. Gut gemacht. Deine Fans sind stolz auf dich. Sehr schön. Sollte ich mal anfangen, die Dinge auszupacken? Oh, was für eine Überraschung. Du bist Kopfgeburt. Ich bin eine Fahrtbinderin und verkaufe Kekse. Möchtest du eine Packung kaufen? Ja, sicher. Oh, dafür bin ich jetzt gesättigt. Sehr schön. Und ich habe noch ein Leveler. Zusammen mit einem neuen Talentpunkt. Was nehmen wir denn? Oh, Vlogger-Skills. Coole Sache. Die sind jetzt auch separat ausgewiesen. War vorher auch nicht. So, machen wir mal Review. Das dürfte, denke ich, eine recht nützlichfertigkeit sein. Wer hat denn? Ach du, das ist das Ergebnis. So, dann zeig doch mal her. Ja, ist doch ganz gut geworden. Hoch damit. Äh, äh. Wo ist der andere Buddy? Preston zeigt das Ergebnis. Wunder Bärchen. Hat dir sehr gut gemacht. Dann gibt es direkt nochmal. Ja, das Spiel ist noch gut genug. Da können wir auf jeden Fall noch eins hinterher machen. Gerne an der Eins, mein Freund. Ich packe hier nochmal kurz ein bisschen was aus. Lürfte nämlich der PC auch einigermaßen stark da sein. Also ich finde es nachvollziehbar, aber hin und wieder ist es echt störend, weil wenn man sich mal mehr Sachen bestellt hat, dauert es das immer, bis man alles nach und nach ausgepackt hat. Das ist dann echt immer ein bisschen doof. So, wieder mal die Nachbearbeitung. Aber nicht schlimm. Zack, hochladen. Und Überraschung, Nachbearbeitung. Warum scheitert es immer an der Nachbearbeitung? Das ist ja irgendwie ein Rätsel. So, jetzt kommen die ersten Dekoartikel. Das heißt, wir können die Jungs schon losschicken, ein Video aufnehmen. Du machst auch nochmal das. Die Eins ist billig. Dann geh doch bitte mal an die Vier. Und du machst auch ein Video, aber diesmal kein Gameplay-Video, sondern du machst bitte Nein, ein Review. Moment, wir müssen noch was konfigurieren. Dann mit Popschutz Pro und Mono. Zack. So, Maret. Wir haben noch eine neue Karte. Was nehmen wir denn? Intro mit 3D-Logo. Oh, Baby. Ich wundere es gerade, dass hier so wenig zu upgraden war. Aber egal, ich shoppe jetzt erstmal ein paar Spiele. Was? Hallo, mein Name ist Isabel und ich rufe wegen einer Bankangelegenheit an. Wir würden Ihnen gerne unsere Verbraucherkarte anbieten, womit Sie tausende Rabatter bekommen. Wie zum Beispiel das 2-4-1-Angebot im Quick-Markt und Rabatter auf Chinesisch merken. Ja, ich lasse mal reden. Durch meine wichtigen Trollfähigkeiten habe ich Sie direkt wieder begeistern können. Ah, 8. August, MenNFL. Das holen wir uns. Was ist denn noch? Sollte nicht hier das für die Nontendo Z? Ach, ich habe ja nur meine Konsolen angezeigt. Haha, stimmt. Okay, machen wir erstmal das. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal ein paar neue Konsolen. Nämlich die Nontendo Z und die Honeyplay Studios 2. Na, wobei, ich glaube, die lohnt nicht mehr. Äh, ne, das O-Phone-Ball auch. Tablets gibt es noch nicht. Gut, dann her damit. Und her mit den Paketen. Und her mit dem Ergebnis deines Videos natürlich. Oh ja, das wird hochgeladen. Und du, mein Freund, willst du jetzt mal einen Kurs belegen? Weil mir geht es auf die Nerven mit den Nachbearbeitungskritiken. Deswegen mach mal hier bitte den Kurs. Wo bin ich? Da sind die Pakete, die ich aufmachen wollte. Ich bin jetzt erstmal, glaube ich, noch ein bisschen damit beschäftigt, die Pakete aufzumachen. Deswegen seht es mir nach, dass ich gerade ein bisschen hier mich bewege. Okay, das hat zwar ein Urheberrechtsgeschütz, das Gedankengut, aber... Naja. Zack. Ah, du bist fertig. Halt, bleib stehen. Zack, Ergebnis. Oh, sehr gut gemacht, mein Freund. Sehr gut gemacht. Ja, das ist auch bis auf wie immer die Nachbearbeitung. Schön puschen, das Video. Soll ja auch... Es möge ja auch gesehen werden. Na, ach. Wie bewegt sich immer so schnell. Ne neue Karte. Hm. Na, okay. Ab 25 erst. Na gut. Egal. Ich muss auch mal bei Gelegenheit da nochmal ein bisschen ausführlicher drauf gucken und mal ein klein wenig aussortieren. Zack. War es das jetzt? Ach komm schon, wie viel habe ich denn bestellt? Verdammt, immer diese Kauflaune. Zack. Ich könnte mir in der Zwischenzeit nicht essen, während ich die Dinger aufwache. Zack. Hallo, Pizza. So, hier. Bitte mehr. Dankeschön. Dann könnte ich nochmal eine Runde Kistenrading hören. Juhu. Fast 1000 hat mir das gebracht. Schön. Jede Menge Aufrufe und Abonnenten. Schönes Ding. Mein Gott, hab ich wirklich so viel Deko gekauft. Cool. Endlich mal was, was wir auch sehen, was jetzt nicht irgendwie in die Wallerei gepackt ist. Ja, schönes Ding. Dann zeig doch mal bitte her. Ja, Gameplay Nummer 2. Na gut. Jetzt haben wir immerhin die Nintendo Z. Hatte ich nicht noch ein Spiel bestellt oder kam das schon? Wenn ja, dann nimm doch mal bitte ein Video auf. Dann müsste es jetzt hier direkt vorne sein, theoretisch. Ja, sehr schön. Mach direkt einmal ein Preview-Video. Also, gerne hier. Zack. Und, wo ist der andere Ball? Hallo? Ach, hier oben, da. Aha, ja gut. Dann, zack. Zack. Äh, hä? Was ist jetzt los? Ach, der hat das nicht manuell gemacht. Ja, gut. Okay, dann machen wir das doch. Gut. Warum noch nicht? Nehmen wir erstmal das. Ich hab nicht die passende Stimmung gerade dafür. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er sie haben muss. Ladebildschirm, das machen wir mal in Erztenkommentar. Jetzt hab ich bestimmt das nicht. Ja, aber dafür hab ich jetzt natürlich das. Es war so klar. Gut. Konstruktive Kritik. Haben wir jetzt mal die passende Stimmung? Ja. Oh. Yep. Das nehmen wir sowas von. Schön. Du hast ein verschicktes Item gefunden. Na, dann machen wir doch mal einen feierlichen Schrei. Das dürfte zumindest einigermaßen passen. Hier dann einen sinnlosen Kommentar. Du hast eine Tracht Prügel bekommen. Dann machen wir doch mal einen mörderischen Blick. Hm. Leider nicht ganz das Richtige. Aber egal. Hier haben wir nur noch diese eine Möglichkeit. Nehmen wir natürlich wahr. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Jawohl. Nein, ich kann gerade nicht ins Kino. Sorry. So. Wir gucken mal, wie wir die ganze Schose hier zusammenstellen. Oh. Moment. Machen wir mal so. Und so. Und so. Und. Ah, jetzt haben wir es fast perfekt. Aber Moment. Acht und vier. Haben wir. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Hm. Ich muss einen rausnehmen. Ich glaube, der. Der ist über. So. Und nicht mal einen einzigen roten. Sowas nehmen wir. Wir nehmen auf jeden Fall das. Da müssen wir aufholen. Und dann nehmen wir noch den weichen Fokus. Und wir rennen dann. Uh. Uh. Das preview scheint gut angekommen zu sein. Ah. Tropical Rainbow für Nintendo Z. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall an. Moment. Das war jetzt genau Gameplay. Da wollen wir dann meine Kollegen. Da sind wir. So. Und ich würde einfach mal sagen, dass Gameplay von dem Spiel werde ich persönlich machen. Deswegen schnell gemampft. Oder getrunken. Ah, die Kommentare sind da. Sehr schön. Wird auf jeden Fall beworben. Äh, so. Macht direkt weiter, Jungs. Mit Gameplay. Ohne Ende Gameplay. Und bitte automatisch. Danke. Genauso wie du. Video aufnehmen. Wieder hierzu Gameplay. Zack. Da nimmst du bitte die 3. Und dann an der 1 sitze ich. Och, Cody, nervt mich bitte nicht. Äh, neues Gameplay-Video. Tropical Rainbow. 31. Juli. Okay, definitiv zu spät für eine Preview. Also starten wir direkt mit dem Gameplay-Video. Ja, das lassen wir doch immer alles so. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen über meine Zeit. Sorry dafür. Aber ich mache jetzt noch das Video fertig. Für so viel Zeit möchte ich dann doch ganz gerne noch haben. Na gut. Leider das Spiel habe ich jetzt nicht das Passende. Deswegen machen wir die formelle Begrüßung. Zusammenfassung des Spiels. Och, ich habe wieder nichts das Passende. Nehmen wir mal das. Ah, endlich. Professioneller Kommentar. Äh, nicht ganz das Passende. Hm. Spiel-Intro. Versuchen wir es mal hiermit. Nein. Ah, ich habe es befürchtet. Na gut. Nehmen wir hier den fachlichen Kommentar. Der haut auf jeden Fall sehr gut rein. Jetzt müssen wir gucken, dass wir bei der Interaktion noch ein bisschen was rauskriegen. Ah, Sarkasmus. Haben wir direkt einen Punkt mehr. Ich habe jetzt nicht mehr viele Punkte. Ich hoffe, ich kriege noch was Gescheites hin. Machen wir hier den feierlichen Schrei. Sehr gut. Das pusht Interaktion und Sound. Hier haben wir leider nur den unlustigen Kommentar. So, Moment. Nehmen wir den singen Kommentar. Weil da kriegen wir auf jeden Fall mehr Punkte zusammen. Und jetzt können wir ja gucken, was wir davon gut verwerten können. Moment. Eben dein Ergebnis zeigen. So, Dankeschön. Und du zeigst mir mal eben deinen Kurs. Dankeschön. So, dann fangen wir mal an zusammen zu schnibbeln, als gäbe es kein Morgen mehr. Dich will ich auf jeden Fall dabei haben. Dich. Dich. Und dich. So, wie fügen wir es zusammen? Mal kurz gucken. Haben wir den da hinpacken? Haben wir einen mit unten? Zwei. Ne, haben wir sowieso nicht. Und zwar haben wir nur den. Ich glaube, viel besser werden wir sowieso nicht hinkriegen. Oh, Moment. Ich muss ja ganz schnell Werbung schalten. Ähm. Zack. Zack. Zack, zack. Oh, stimmt. Ah, ich habe unten noch neue Optionen. Moment. Will ich dann wirklich den weichen Kokos? Ne, dann nehme ich doch lieber Etty hier. Knallt viel besser. Sehr gut. Und rennen an. Und da kommt das Gameplay-Video schon sehr schön. So, dein Video ist auch gut angekommen. Laden wir natürlich hoch. Und ich denke, ich werde hier meinen Cut machen, ihr Lieben. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuschauen. Nächstes Mal machen wir weiter mit den Serien. Und ich gucke mal, dass ich vielleicht wieder ins Netzwerk reinkomme. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.